einen schönen guten tag und willkommen zurück zum crash bandicoat so damit ich da weitermachen wo ich letztes mal aufgehört habe mit dem 25 level slippery klein da würde ich sagen attacke 51 kisten ok ok das jetzt weiß ich wieder das ist schon hier diese ja so das erwartet später noch ein hier die diese levels dann haben auch echt habe ich sollte sagen die sind vom schwierigkeitsgrad auch nicht ohne noch geht das halt ich glaube hier kriege ich auch einen roten edelstein oder so wie ich gesehen habe das heißt ich muss halt einen perfekten lauf machen um den edelstein zu kriegen wenn ich dann ja wenn ich einmal sterbe dann ist halt feierabend dann darf ich das level direkt neu starten das hat der geier so wie das hier jetzt kann ich den roten edelstein vergessen na gut naja man merkt der schwierigkeitsgrad nimmt bei der dritten insel so sprunghaft anhalt das ist schon nicht mehr ohne halb aber mit ein bisschen übung kann man das meister ja komisch beim ersten mal funktioniert beim zweiten mal gar nicht ach der fluch das alte knacker so so okay Okay, äh, was mache ich das denn am besten? Okay. Woh? Na? Okay, nochmal ins Herz. Es wird nicht besser, habe ich das Gefühl. So, nochmal. So, geh weg, alter Mann. So. Der Geier? Noch ein Geier? So. Okay, geschafft. Okay. 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 Immer noch kein Checkpoint. Hahaha. Das ist das Einzige, was mich hier ein bisschen stört an der Geschichte. Okay. Okay. Oh, das war knapp. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Genau. Ja, das war's. Ja. 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 Und zack. Echt? Ich bin schon so oft gestorben, aber ich habe noch nicht mal eine Maske dafür bekommen. Ach, herrlich. Boah, ich bin echt an überlegen, war das doch damals so extrem schwer auf der Playstation? Das ist schon lange her, dass ich das auf der Playstation gespielt habe. So. Ja, jetzt habe ich meine Maske bekommen. Aber die bringt mir auch extrem wenig erst mal. Weil ich fall ja eh nur ständig runter. Okay, außer die Appas mit ihren, äh, außen Käfigen da. Die können mir noch ein bisschen, äh, da würde halt die Maske noch helfen. Okay, jetzt bin ich wieder beim Geier. Okay. So, geschafft. So. 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 nicht. Aber gut. Ja, komm. Komm, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Es wird nicht besser. Einmal. Zweimal, okay. Okay. Ich drehe nochmal eine Runde. So. Perfekt. Boah, das war. Echt jetzt? Echt? So, die paar Mal bin ich lockerflockig runtergelandet und jetzt diesmal nö. So. Echt eine Bestrafung fürs Leben oder so. Wenn es mal einmal gut laufen sollte, dann wird man erstmal nur bestraft. So, warte mal. Ja, ich warte noch. Perfekt. Okay, das war gerade eben noch. So. Okay. Ach, egal. So. Ich warte noch einmal. Das war zu früh. Okay. Nein. Nein, das ist... Jetzt aber. Bitte was? Ey, und immer noch kein Kontrollpunkt. Unfassbar. Okay. Okay. Und jetzt aber, okay. Ich bin nur ein paar Blumen. Oh mein Gott, ich bin mir hier. Ich bin nur ein paar Blumen. Ich bin ein paar Blumen. Ja, ich bin ein paar Blumen. Ich bin keine Blumen. Alles Gute. Echt jetzt? Erst nach 21 Kisten erstmal einen Kontrollpunkt. Okay, das ist hart. Okay. Okay. Okay, das ist echt fies gemacht. Okay, das ist auch fies. Das ist sogar noch fieser. Okay. Oh, das wird nicht besser. Okay, da haben wir die Opas. Okay. Zumindest einen vorläufigen Checkpoint erreicht. Okay. 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 Okay, das ist ein bisschen mit Hektik verbunden. Halt. Okay. Okay. Komm. Ach komm, echt jetzt. Ich bin schon so weit gekommen schon und... Ah. Ah, nein! Ah, nein! Okay, das waren die sechs extra Leben wert. Drei Äpfel, 19 Kisten. Hahaha. Okay. Und einen kostenlosen Checkpoint. ... Der erstmal gleich benutzt wird! Der erstmal gleich benutzt wird. Okay. Ah! Okay. Ja, ich habe es noch in Einlauf nicht geschafft, aber ist nicht schlimm. Ich bin froh, wenn ich fertig bin. Fast perfekt, aber du hast verloren, wie es so böse guckt. Ja, mit ein bisschen Übung wird das wieder. Aber gut, geschafft ist geschafft. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs erstes Jahr. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem 26. Level Lights Out. Ansonsten wie gehabt, war es das auch wieder fürs erstes. Ich hoffe, es hat euch gefallen das Ganze und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.